Das weiß ich nicht. Möglicherweise nicht, aber da vorn. Du bekräft rein? Ja, ja, ja. Ich habe da natürlich kein Licht. Ich habe Licht. Weil ich unvorbereiteter Knilch bin. Nee, kann ich auf T rumdrücken wie ein Bekloppter. Bekloppter. Aber seien Sie vorsichtig, Herr Benji. Jawohl. Nicht, dass Unholte uns den Gar ausmachen. Schneller, als uns lieb ist. Sie sagt mir, die LKW sind. Ach so, stimmt. Ey, ja, einer ist ja gleich da vorn. Ja. Also, einer ist gleich da vorn. Wie die Hand von uns. Einer ist gleich in der Nähe, meinst du? Ja, in der Nähe. Wir gehen hier erstmal schön looten. Ich brauche gar keinen looten. Ich habe nur noch einen Slug in meinem Inventar frei. So, na dann, auf zu den Garagen. Übrigens, französisch, Garage. Lückgarage. Das Lastenautomobil. Oh, ein sehr froh. Mord ist auf euch. Was, was, was? Ich dachte, ich hätte einen Schuss gehört. Ich habe keinen Schuss. Also, oh, da läuft was. Links Steps, oder? Wir haben etwas so für Büsche, ja. Oder bist du das? Ich bin hier im Gebüsch von euch gegenüber. Das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich. Armisch. Armisch? Ich verstand, hier sind Armisch. Sei trotzdem vorsichtig, meine Herren. Jawohl. In der kleinen Garage. Garage. Ich renne etwas vor. Nicht allzu weit, nur ein kleines Stück. Und luge um die Ecke. Ich habe nichts gesehen. Renne weiter. Habe ich ja auch noch keinen einzigen Schuss vornommen. Ja, Wahnsinn, oder? Ich meine, ja, es ist der reine Irrsinn. Ich glaube, wenn wir da durch das Loch gehen in der Garage, ist er doch direkt. Ein bisschen günstiger, ja. Wer ist jetzt über die Mauer gesprungen? Tja, komm zurück. Eine Wenigkeit. Kommen Sie zurück, junger Mann. Sofort. Verlassen Sie nicht die Gruppe. Sonst könnte ein Headshot Ihr Leben just beenden. Hier ist nämlich ein Loch in der Wand. Strengt ganz schön an. Und da können wir ihn durchschlüpfen. Ah. Hm, Augment B. Das ist der besagte LKW. Das ist der besagte LKW. Einer von vier. Mach ich jetzt mit diesem Ding? Achso. Land. Mit F, ne? Bei mir ist das immer E, weil in meinen anderen Spielen immer E für Benutzen verwendet wird. Meine Herren, muss ich in der Nähe bleiben. Oh. Oh. Oli. Du Ferkel. Oli, sie Ferkel. Nee, du kannst in die Garage reinrennen wieder. Du musst da nicht hocken. Ja, guck mal, Busch. Ich, ich komme. Sehr schön, wie Sie fragen, Herr Dürk. Und nicht einfach wild drauf losballern. Ja, Nummer eins. Erledigt, meine Herren. Liebes Publikum, sind auch alle Leute gut zu vernehmen. Akustisch. Und. Die Labe von Benji. Ach, geil. Das habe ich vermisst, Mann. Wir haben schon lange nicht mehr zusammengezockt, Benji, oder? Also, ich schweife schon wieder ab. Hat jemand ein Scope? Nein. Dann müssen wir auf blauen Dunst hinübergleiden. Engelsgleich. Schweben, sozusagen. Und alsbald die Skeps über den Haufen schießen, die uns nach dem Leben trachten. Oh, da stimmt schon der erste Wahnsinnige los. Schweif ab. Ey, es ist doch verdächtig. Also, es ist doch verdächtig ruhig, oder? Also, auch einen Schuss habe ich mittlerweile gehört. Oder Kranaden oder so. Okay. Aber das kam auch genau aus dieser Position vor uns. Also, Vorsicht, meine Herren. Augen und Ohren auf. Aufpassen, dass keiner im Geäst hockt. Der Skeph, den Sie finden müssen, ist vorne im Gebüsch. Ja, ich weiss, ich weiss. Ah, weiss du. Genau. Aber ich wusste nicht. Ich weiss auch, ich wusste nicht. Das ist dieser Skeph war, den ich benötige. Es ist dieser Skeph. Er hat diesen sogenannten unknown key. Weiss ich. Bitte an sich nehmen. Den Schlüssel. Wenn er noch da ist. Ja, hatte ich. Da zur Not haben wir den ja auch, oder? Genau. Ach nee, habe ich den überhaupt noch? Ich glaube, ich habe den schon weggeworfen. So, kommen wir zu LKW. Oder wie es Herr Olli so schön ausdrückte. Wo ist es jetzt hin? Zum Lastenautomobil. Hier liegt ein toter Skeph. Das ist schon mal ein Gegner weniger. Das ist ein Spieler. Ach so. Ja, noch besser. Nein, es ist ein Spieler, würde ich sagen. Ich stecke doch mal rechts. Ja, Pummel. Minus, Minus, Minus. Ich renne ganz nach links. Voll Schuss. Ich, besser. Ach so. So, hast du markiert und dann verstecken wir. Ja. Am besten da unter der Treppe. Was war noch die zweite Quest, die wir machen müssen? Das haben wir mit diesem unknown key, meine Freunde. Ach so, ja. Ja, ja, stimmt. Okay, dann würde ich sagen, old guess. Und dann, okay, ich schweige ab. Old guess, dann. Meine Herren, ich bräuchte eure Position. Ich bin ganz links von euch, von ihnen, an der Wand. Ich bin jetzt hier bei diesem Dach ohne Dachziegel. Genau. Ich höre dich. Ich bin schräggeber von Matz. Dirk, ich komme hinter dem blauen Container vor. Achtung. Hier bin ich. Wird ich jetzt old guess und von da aus dann zu diesem weißen Bauarbeiter-Container. Und von da aus zur Guest Station. Und von da aus. Ich glaube, ich tu jetzt. So, Benji, wo bist du? Ach, da. Okay, na, dann geht es hier hinten lang, ha? Würde ich sagen, hier hinten über den blauen Zaun. Springen. Flink. Nicht über diesen, sondern über jenen. Spieler vor uns im Gebäude, hinter dem Kran, in dem Gebäude. Verzockt. In dem Skelett. Oben drauf. Okay. Ey, lasst euch an. Oh ja, okay. Er schießt Schrot. Ich bin gespannt. Was müssen wir mit dem Messer? Ich habe nur Flechette, Mann. Was habe ich denn hier drin? Das müssen zwei sein, Freunde. Oh, ich habe einen Denaid. Die Frage ist, wie fahren wir jetzt fort? Gute Frage. Mein Hirn arbeitet schon auf Hochtouren. Mr. Benji oder Herr Benji. Vielleicht. Oh, Granaten, Granatenwerfer. Scheiße, Scheiße. Ich habe was abgekriegt. Da kümmern sich schlecht, stehen wir über die Kunden. Das kann sein, aber warum habe ich das abgekriegt? Also bei mir war das kurz. Wild reingesprayt, oder? Mhm. Hier läuft doch was. Ich habe mich kurz bewegt. Ich fühle mich... Ich bin in der Halle. Du läufst auf Metall, Dirk? Ja, 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 ja. Ich fühle mich in meiner Position irgendwie... ...nicht sehr wohl. Entweder gehen wir nach rechts oder nach links. Hier läuft was. Ich höre was, ja. Oh, da kommt was gerannt. Gut. Minus. Du lebst noch, Benji? Ja, ist Minus. Also der Skeff ist Minus. Achso, das war ein Skeff. Dirk, war das bei dir? Die Steps? Nein, ich habe nichts gehört. Einer kam gerannt. Aus dem blauen Durchgang. Ja, der Skeff kam normal angewackelt. Also nicht gerannt, sondern gelaufen. Nee, einer kam von vorne, von dem Konstraktschen. Vom Skeleton. Ich gucke mal nach... Ich gucke mal ein Stückchen nach hinten. Hast du einen Busch mitgenommen? Ja, ne? Ja, schon wieder. Mist, ich habe halt Flechette, Mann. Ich gucke mal nach hinten, aus dem LKW. Aber hier rechts läuft, er hockt doch einer hinter dem Zaun. Ich spiel das. Achso, nee, rechts hinter dem Zaun. Er schießt durch. Er will nicht mal bängen. Er rennt vorne rum. Kommt, wir gehen vorne rum. Also hier zur Garage, zur Werkstatt. Er hat mich getroffen, Mann. Ey, springst du mal, du Idiot? Was ist denn hier los? Ist mein Pein kaputt? Ja, aber ich habe gerade was gesehen. Ja, Vorsicht. Gut. Ich muss mich erst mal flicken. Ach nee, das seid ihr, das seid ihr gewesen. Ja, ich hänge am Gebüschbenschen. Du kommst gerannt? Ja, gut. Ja. Sonst, meine Herren, lassen wir uns zum Augustischen draußen rumgehen. Ja, dann machen wir, dann rollen wir das Feld von hinten auf. Wir gehen erst zur New Guess sozusagen. Markieren dort den LKW von da aus just. Ich würde vielleicht versuchen, nicht wieder da vorne lang zu rennen, oder? Ja. Okay. Ich versuche mal hier über den Zaun zu springen. Oh, das habe ich natürlich keine Ausdauer mehr. Ein sehr riskantes Unerfangen. Ja, mal gucken. Ich glaube, man kriegt sich die Beine, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Nee, 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 eigentlich nicht. Oh, ich habe nicht wirklich keine Ausdauer mehr gehabt. Das ist auch spitze. Ohne Mampf kein Kampf. Du sagst es. Herr Thomas, herzlich willkommen. Ey, habt ihr alle beide keine Ausdauer mehr? Ja, ja. Ihr wollt doch nur, dass der Senzens, wie ein Idiot, ein Stacheldraht fällt. Ey, ich renne jetzt hier durch das Loch. Oh, ich habe mir die Beine gebrochen. Ich wusste es. Okay, dann. Ein erstes Opfer. Ich renne jetzt hier durch. Komm mit, komm mit. Hier, wo ist das Loch in den Zaun. Ey, wir haben bloß noch neun Minuten. Alter, was ist ja los? Was habe ich die ganze Zeit gemacht? So, bist du fertig, Dirk? Benji. Jawohl. Okay, na dann. Was hast du eigentlich repariert? Wo steckt ihr? Hä, wir sind hier... Was? Wo bist denn du? Meine beiden Beine habe ich schon. Ey, wir sind da drüben. Benji läuft drüben auf der Durmsseite. Ja, genau. Ich habe mich da ins Gebüsch gelegt, um zu... Ah, okay. Wir sind gegenüber. Warum bin ich jetzt schon wieder rot? Ich verstehe es nicht. Wie rot? Was ist denn fettig? Fattig? Übrigens auch ein französisches Wort. Fattigé. Du bist ermüdet irgendwie. Du hast keine Energie mehr, hm? Ja, du holst auf jeden Fall. Hast du was zu essen mit? Nee, natürlich. Ah, doch habe ich. Dann hau es dir rein. Ich meine, dann ist das. Was? Hast du... Hat jemand was zu essen? Nee, 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 nee. Ich habe auch nichts. Ich habe meins schon vertilgt. Ich habe jetzt was getrunken noch. Was? Dann, ähm, meine Herren, let's go, Gold S, Old Gas Station und dann raus. Golden S? Ja, Golden S Station. Hätten wir auch weiter gelaufen, ne? Haben wir Old Gas? Als Exitler? Yes, yes. Ich habe euch verloren, Freunde. Ach so, einfach an der Mauer lang laufen. Was sagen Sie, siehst du den grünen Zaun, ja? Wo bist denn du, Dirk? Jetzt an diesen Militär-LKW. Ja, auf der Straße sozusagen. Dann lauf einfach rüber auf die Bushaltestelle. Ich hörte, ja, siehst du, ich bin hier genau, wo die Pipeline ist, dahinter stehe ich. Ach, hier vorne ist er schon. Ach so, bei den zwei. Ah, okay. So, dann können sie hier drüber springen. Ach, ihr seid schon da vorne. Ja. Wie sie schon Bescheid gesagt haben, es gibt Niemespunkte. Fürs nicht Bescheid sagen, es gibt Punkt. Hier vorne ist auch gleich ein LKW, wo wir den noch schnell mitnehmen. Naja, klar. Ja, klar. Deswegen sind wir ja hier. Ich meine, wir werden... Der Kollege hat auch noch keine Energie mehr, ne? Ach, das stimmt. Ich gucke mal in die Tankstelle hinein. Möglicherweise wollte ich gerade sagen, ist an der Tankstelle. Warte mal, ich bin sehr los. Der Worte! Oh, das klingt nach dem Schall an. Das klingt nach groß. Das ist es auch. Scheiße. Ich bin tot. Scheiße. Das kotzt mich an. Oh. Zawotzkoy. Die Hundesöhne haben mir den Arsch aufgerissen. Au, 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 au. Das hat mich auch immer eingeschmiert. Ich bin tot. Das hat mich nur gegen die K Dennりaude. Ich bin tot. Das hat mich auch immer eingeschmiert. $24560. Das hat mich auch immerdecken. Das hat mich mit Papa noch blooms.